Das war also nur ein Traum. Na, sieh einer an, Rumba. Wie geht's dir? Was hast du da im Maul? Das ist doch... Rumba! Glaub ja nicht, dass du mir entkommst! Momosono! Gib mir jetzt auf der Stelle mein Höschen zurück! Was? Was hattest du damit denn vor? Sag schon Retto. Gar nichts, Rumba ist schuld! Wenn du ein echter Kerl sein willst, stieh dir selbst deine Höschen! Nur darüber regt sie sich auf. Wahnsinn, die Jungs heutzutage haben echt keine Eier mehr in der Hose.